Du hast Glück. Ist nicht so schlimm. Wie ist denn das passiert? Nico. Ich hab mich einfach dumm gestoßen. Am Anfang war es Liebe. Wer ist das Opfer? Den richtigen Moment abwarten. Planst du einen Mord? Das ist für mein neues Buch. Nie wieder werde ich das Opfer sein, sagte sie zu sich selbst. Sei mal nicht so widerspenstig. Keine medizinische Störung entschuldigt eine Vergewaltigung. Was hast du denn sonst schon so geschrieben? Vielleicht kenn ich ja was. Hm. Grimmis. Thriller. Zurel. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe.